Musik 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 Weg mit euch Weg mit euch Weg mit euch Ah vorne Geld sammeln So Schwerkraft Nimm deinen Lauf Musik 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 Jawoll Erstmal mit den steinen schon aufhalten Ah fuck Wo ist die Leid? Wo ist die Leid? Wo ist die Leid? Wo ist die Leid? Ich muss sie schnell nehmen holen zack jawohl die Falle hat richtig gut ausgelöst das gerade komm ran 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 weg mit euch noodles oh Explosionsdinger oh ja jetzt nein die Explosionsdinger haben ich ich bin tot scheiße lass sie sterben lass sie sterben runner 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 nein ich bin tot oh alter wie schwer ist das Level bitte ja bisschen mehr Liebe bisschen mehr Liebe bisschen mehr Liebe oh jetzt hat 13 nur noch wir hatten 20 live ne wird schon wieder 7 Stück verloren ich möchte den ganzen Run an boah krass das war äußerst unterhaltsam alter das war äußerst unterhaltsam ja natürlich ich fand's richtig lustig tue ich nichts oh ja warte die setze ich so und lasse ich dann noch ein bisschen verzögern bis sie kommen oh jetzt kann ich nicht mehr kaufen alles klar ich komm zurück ich hab hinten noch mal ein bisschen gerüstet mhm ich hab vorne hier noch gerüstet und die Verlängerungsteile hier noch drauf gemacht also ich glaub nur eins aber danach war das Geld auch schon wieder leer ja oh Gott ich wär soweit Patz weg mit euch warte noch nicht jetzt wir sind perfekt runter gekommen du gehst mal weg schön in Schacht halten die Leute so viele Tote auf einem Haus schön drauf halten schön drauf okay von hinten kommt jetzt nur ein kleiner Schwall oh wanna 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 du gehst drauf mein Freund und voll attack oh scheiße das verlieren wir sowas von ne ja ach quatsch wir sind nur in der vierten von neun boah ich will nicht wissen was da noch für Maps kommen alter ja ich auch nicht ja ein Uga noch genau ach noch zwei Uga easy game das geht bei euch nicht weg mit dem nein du liebst uns du greifst uns nicht an das wird wehtun ich habe es selbst ausprobiert nur um ganz sicher zu sein pass auf die Pioniere schießen schießen direkt drauf da sind sie Uga ja liebe zack steine du hast rechte Seite mehr ne ja warte mal na jetzt zack kann ich sie nicht dann freuen Uga du liebst nicht jawoll schon zurückgestallt worden ok sie kommen durch wir brechen durch oh was nein 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 ja runner im Überfluss runner im Überfluss runner im Überfluss ach da bist du runner 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 auf die runner ok von hinten kommt gleich noch ein kleiner Schwalb ich habe hier ein bisschen Wandfallen angebracht ne Gott los geht's ich glaube schon ich muss da irgendwo eine Falle zu platzieren sein Mann so schießfeile sehr schön komm komm das Level schafft wir Alter batz batz zwei Wächter noch ran willkommen in meiner Höhle Waffe aufladen warten 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 da unten liegt aber das kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr wird es dir gleich wenn die eventuelle Horde nicht festkommt gleich ich glaube das war sein Fall jetzt boah alter ich bin meinen Wächtern so dankbar ne die halten hier ordentlich noch weit auf no wir haben gerade ein paar runner nochmal ein bisschen aufgehalten wie ich da mitgekriegt habe mein Geld mein Geld oh ich bin tot scheiße ja passt 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 ich halte hier auf ich halte hier auf ich halte hier auf komm mal siehste alles schön in den Zorn gehalten aber ich bin gleich von hinten jetzt kommt jetzt kommt ein dicker schwein jetzt kommt ein dicker schwein ich zeige dir was für eine Falle jetzt kommt so so einer kommt alter ja schöner Zug wow da war ein runner geil alter wir haben nicht aufgefasst acht leben nur noch oh ja waren gerade runner ok jetzt kommt noch so ein Brücke weißer da unten kommt einer gleich von links von drei vorwärts mach den und da noch der tschüss so nimm du die äh richtung ich nimm die hier ok du willst erkehlt nicht so ich guck mal nach hier hinten ich mach das hier hinten noch ein bisschen mehr Schaden kriegen ne angenehm und war dann ich habe eine Notlösung wahrscheinlich die beste und so die uns wahrscheinlich den Arsch retten wird ja ist klar hau raus ja guck ja zwei Sekunden mann aber zum Eingang hier ich hab die gerade noch ein bisschen verlangsamt also zu unserem Ding unsere wo bist du denn ja ich meine es gleich auch hier da kommt guck mal an der Decke auf jeden Fall das will uns wahrscheinlich den Arsch retten hinter pass mal auf bereit bereit ich hab hier dann auch nochmal so ein Ding ins hingen gepackt ne weil die schießen ja eh große Dächenfläche ich bleib hier direkt oben und feier von hier oben drauf und ich vergesse einfach mal ein bisschen zu oft meine Manafähigkeit zu nutzen liebt euch Bitches zack weckt euch zack und liebt euch warum hast du es gibt doch Liebe zack liebe Licht in der Luft okay die Fallen bringt's echt jawohl komm du bist drauf runner es kommt runner jo auf der anderen Seite ich bleib hier ich bleib ein bisschen hinter da kommen sie da kommen sie ja bleib du vorne ich bleib hier hinten ich mach das weg was du nicht aufhalten konntest komm du willst es doch lieben cross over einfach vier stück davon den teilen hab ich da jetzt dran ne alter acht leben ne oder noch der Patrona geschleudert fertig so hätte ich in der Schule besser aufgepasst wollen wir uns jetzt noch zur Bildung drängen und drauf ich geh wieder auf meinem Pulsis sauen lovers in the air so warte jetzt auf A und D die einfach gerade alle versteinert sind jetzt die Steine habam haben wir den gleichen Gedanken du saßt jetzt die Steine und ich schieß drauf jetzt haben wir doch irgendetwas oh runner komm runner komm runner komm runner komm runner komm ich geh wieder weiter runter ich geh wieder weiter runter du bleibst oben ich mach das platt was du nicht schaffst ja ah ich kann jetzt nicht ah jetzt kann ich wieder hoch ja in der Richtung passt so ist alles drauf die Maschine alter das gibt ein Massaker ok die knudeln sich da jetzt grämmt die gerade aah ein bisschen zurückwerfen ein bisschen Liebe verbreiten erstmal hier die Steine runter ok jetzt sind die letzten jetzt sind die letzten ja so alter letzte Runde man letzte Runde da noch eins da noch eins hier noch Eis auf geht's komm die Runde schaffen wir zwei Oga ihr liebt uns macht eure Kollegen platt ihr Mist geworden los ja schön versteiner alter Oga du magst uns Oga Oga ja Oga mag uns bitte Hinten anstellen da ein bisschen Verblankung sorgen boah alter was angeknubbel und Hektik hier ne uuuuuh guck mal oben auf der Minikarte was noch kommt siehst ja gerade was hier ja ich würde sagen letzte Runde die geht nochmal voll rein ordentlich Quats geh in die Lave und muss komm wenn wir das jetzt schaffen dann haben wir uns trotzdem noch sehr richtig gut geschlagen obwohl wir so einen scheiß Start haben pass haben wir wer will mir fallen ich ja genau ich will mir fallen da will ich noch eine und da will ich noch eine jetzt hab ich gar kein Geld mehr nur noch der hier noch die Misi wir haben es geschafft Alter Alter ach Freunde war das krank Belohnung Primärangriff friert Gegner aus der Ferne ein Sekundärfrostangriff der Gegner im Umkreis einfrieren okay naja das Amulett finde ich scheiße Zauberberuf werde ich mir wahrscheinlich nix holen können neun fallen Pfeilspucker was ne Runde ähm Alter das mach ich ich hab mir für den Pfeilenspuck hab ich mir ein Unikat geholt Pfeile können manchmal Feinde einfrieren bereit Alter und ich mach dann das andere und zwar das andere Unikat ich mach dann Feinde können manchmal verzaubert werden das ist geil ich hab jetzt das andere Unikat so ich würd sagen da das ist jetzt so erstmal erledigt wir wollen auf einer Pause machen können wir machen und ja sag dein Satz nochmal in der nächsten Folge von Let's Play Orcs Must Die Teil 2 so bis zum nächsten Mal Tschüss